Hallo liebe Fußballfreunde, Thema SV Elversberg Dritte Liga 2020-2023, erster Spieltag Rot-Weiß Essen gegen SV Elversberg, Ergebnis 1 zu 5 Rot-Weiß Essen, Starts 11 Kolz, Plachti, Heberg, Pastines, Herzenberg, Roterch, Granat, Enali, Hagensbeck, Jung Berlingski, SV Startelf, SV Elversberg, Christoph, Flauer, Coria, Konrad, Neubauer, Schicknicker, Jakobsen, Phil, Rochelt Schnellbescher, Koffi Das war's von Rot-Weiß Essen gegen SV Elversberg Uhrzeit 19.54 schnelles